Ein Satz! Ba-ba-buh! Ha! Ha! Ja, hallo! Willkommen zum nächsten Abends-Datei! Wir haben das Video, falls ihr es nicht bemerkt habt, mit einem Filmzitat begonnen. Was heißt hier mit einem Zitat? Naja! Eher mit einer Liedszene! Ja, okay, okay. Und wer es errät, der bekommt irgendwas. Die überliegen uns noch einen Preis. Für zuerst, der rät aus welchem Film das war. Entschuldigung, wir waren heute wieder so doof, das musste sein. Also... Ein Satz! Ha! Daniel ist ein Schwein! Ha! So, ich glaub das war... Deine Persona ist ein Schwein. Wir machen jetzt Harvest da weiter und bleiben ganz ernst dabei. Mhm. Es wird diesmal wieder vielleicht ein kleines bisschen trocken für die, die die ersten beiden Teile schon ein bisschen ermüdend fanden. Ja. Wir werden uns erstmal noch ein bisschen in Harvest umgucken und quasi den Rest der Leute, die hier leben, mal anschauen. Ähm... Ich glaub LP2, ne? Genau. Wir dürften durch bei der... B nehmen... Nein, wir waren bei dem hier. Mit dem haben wir zu Ende geredet. Genau. Und da haben wir schon alles angeklickt, deswegen können wir uns vielleicht mal... Genau. Der nasty Stange Drifter! Wir könnten jetzt theoretisch... Ihn angreifen! Ähm... Mit... 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 Äh... Diesen Dingern hier... Mit irgendwelchen Gegenständen könnten wir sein Auto versuchen zu zerkratzen, aber dann steht er auf und verprügelt uns. Machen wir das vielleicht einfach mal kurz? Ah... Darauf boxen hilft nichts. Ich glaub du musst das... Lalalalalalala... Du musst das verwenden. Ha! Na gut. Ich glaub mit nem... Mit den Schlüsseln gehts definitiv. Jetzt gucken wir uns erstmal den Rest hier an. Wir waren... Da waren wir auch schon. Abandoned House auch schon. Gut. Jetzt können wir nämlich mal zum Shady Oaks Mortuary gehen! Yeeha! Zur die Leichenhalle! Schauen wir doch mal rein. Okay. Da war, glaube ich, Ledger. Ah, der Ledger. Konntest du den nicht nehmen? Ah ja, Ledger kann ich nehmen. So, Schedule. Den kannst du nicht nehmen. Da ist, glaube ich, der Typ gewesen, ne? Ja. Der Leichenbestatter? Der hat Stil irgendwie. Ich finde, der hat Stil. Der schaut doch irgendwo stylisch aus. Mr. Moynihan. Steven. Wer bist du? Ich bin Daniel Moynihan. Mortizier und proprietär des Wayward Hotel. Die meisten Leute fragen mich, warum ich nicht ihre Namen erinnere. Nun, du warst immer ein Junge, Steve. Außerdem, als einer, der mit den Mord beschäftigt, versuche ich nicht, mich selbst in den Wettbewerbungen zu beschäftigen. Deine Verlust der Erinnerung ist kein Problem für mich, true oder false. Erinnerung, In anderen Worten, bums und soziale Rejects, ohne Familien, die in den Harvesten sind, unabhängig. Dann ist die Ordnung, um die Schädel für die Schädel? Nicht die Schädel, sondern die Schädel. Sie sehen, dass ein großartiger dieser Schädel sterben, während sie durchgehen. Keine Frage, warum diese Leute machen. Use your common sense, Steven, memory or no. If they were involved in setting up homeless shelters, then why would I be involved? And why would I be sustaining losses? As always, the order of the harvest moon has taken the lead in addressing our societal ills. Through their sponsorship of the blood drive and the bake sale, the lodge ensures that all our needs are met. Needs? Such as? Pardon me, there are corpses to prepare. And my losses have been substantial of late. If you're sincerely interested in the order, however, you should stop by the lodge and speak with the sergeant at arms. Why should I be interested, Mr. Moynihan? Of all the spots in harvest, the lodge is the most prominent, literally and figuratively. It is the ambition of everyone here to join. And join you must, to attain wisdom. What kind of wisdom? If I knew I'd be a member. I have the feeling you have what it takes to join the order, Steven. We all believe that. Whether or not you live up to your potential, is up to you. Okay. Losses, have we already had? I don't think, right? Losses have we not had, we already had. It seems that, like some elephants graveyard, people of low station come to harvest to die. They simply drop dead, penniless. And they all need burials. God knows, by putting these people up at the wayward hotel, I do more than my fair share. So why must I pay for the coffins and burial materials as well? My losses to the debt are substantial. Hopefully the bake sale will offset some of them. As owner of the only hotel in town, I do my best to accommodate any hobo who straggles in town vacancies permitting. Well, that's the dead grave, right? You sound like you're launching some sort of investigation, Steven. That would be most unwise. Bye. Bye now. I'd say it's been a pleasure, but I find the company of the living so wearisome. You can't have that, Steven. I need it for my work. And may I say you're a rude young man for attempting to steal it. I was only gonna borrow it. Indeed. And have you anything I could hold as security? Security? Like what? Money? I'm afraid that's not good enough. I need that glue for my work. You must present me with something significant, if you'd have me part with it. And a tucker. And a popo. So, I think we can't do anything here anymore. Yummy. Mhm. Hm? Genau. Gut. Da drin ist, glaub ich, auch noch nichts. Oh, ich freu mich schon auf die Schule und auf die Feuerwehrmänner. Die werden klasse. Die Feuerwehrmänner. Ahem. Genau. Lektern. Genau so. Und zum Sergeant at Arms müssen wir auch noch. Wir müssen uns ja bewerben. Ach, der, der, der Deathmetaller. Der Deathmetaller. Jawohl. Der ist cool. Ja. Gut. Haben wir das auch mal angeschaut? Ja, es sind jetzt rund vier Quadranten. Also wir machen jetzt noch den hier fertig. Friedhof. Ich glaub im Friedhof war eh nix. Noch nicht zumindest. Ja, ja, klar. Guck mal erstmal, hier sind dann vier voll frische Gräber. Genau, das war der. Das war der, ja. Ne, Reincliffe, also der wo jüngst verstorben ist. Ah, die Krypta, genau. Sealed. Okay, kann man auch nicht hochklettern. Gut, das war's eigentlich schon für den Friedhof. Vorerst. Da müssen wir aber noch oft genug zurückkommen. Jut, dann können wir jetzt ja mal... Gehen wir in die Firestation. Aber wir müssen erstmal ins Hotel gehen. Ach stimmt, der, 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 der ist ja einmal da und einmal da, ne? Ich erinnere mich. Ja, der steht irgendwie auf beiden Seiten. Ah, da ist noch ein Ledger, genau. Der wo gestorben ist. Genau. Könnte eigentlich fast bald probieren. Ja, wenn du das jetzt, wenn du das ihm gibst, dann, 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 dann sagt er, ja, bloß, leg's wieder zurück. Ja, Mann, wir haben wirklich nichts zu sagen zu uns. Ich habe das Gefühl, dass dein Bild in mir bald mein Schlapp wird. Und ich würde lieber nicht wissen, das Gesicht des Meeres, das ich schlafen habe. Ja. 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 Du bist der einzige Besitzer, den ich in Tagen hatte. Ich kann nicht erinnern, was sonst noch passiert hätte. Vielleicht gehen die Toten wieder wieder, wenn sie die Literatur angeln. Aber trotzdem, sollte jeder von ihnen diese Ledger nicht so zeigen, dass sie in ihren Grafen bleiben würden. Ich will, dass sie in ihren Grafen bleiben hätten. Es hat ja auch ein Freude. Aber... Genau. Ich glaube, sonst können wir auch hier gar nichts machen, ne? Nee, die Türen sind ja alle zu, soweit ich mich entsinn. Genau, mit dem müssen wir später noch mal ein Hühnchen röpfen. Ich find's ein Zylinder so lustig. Ich mein, es ist ja eigentlich noch relativ unklar, was wir machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall mal zum Sergeant at Arms. Aber was genau wir machen müssen, ist ja noch ein, ja... Rätsel. Rätsel, aber das kommt alles noch. So, jetzt kommen wir mal zu den Feuerwehrmännern. Ihr werdet bald merken, dass die etwas speziell sind. Der ist ein rosa Auto. Bitte entschuldigen die Beste. Sie haben Wunderschöne mit dem drüben Wohnzimmer gemacht. Aber diese Garage definiert die Farbe-Koordination. Okay. Das ist mal eine Feuerwehr. Richtige Kerle sind das. Richtige Männer. Nicht die Frage auf den Weg gehen. Nicht dabei, ich spreche. Oh, schau' mich an. Oh, schaut, was du machen. Hallo, Steve. Das ist ein scheiß Wunderschöne. Oh, Cut it out Spots. Honestly. Once, he gets barking a good piece of meat hat. The only way to shut him up. There you go, Spots. Oh, Jesus. So, Steve. Bet you don't remember me. Heard about that short and the old wiring. I'm Fire Marshal Sparky, head of your fire department. Ich bin der ist so lol. Ähm, ja genau. Oder, das ist glaube ich die bessere Frage. Please, it's not the subject, it's the process. Don't be such a party grouper, Steve. We're talking about our team. Besides, we haven't had a fire in Harvest since the newspaper building burned down. Though I'll admit that the Wasp-Women's-Place is one big accident waiting to happen. Isn't that right, Spots? Hallo, how are you breathing? So, newspaper fire. A dreadful affair. You wouldn't think that a brick and steel building with a sprinkler system could go up that quickly. Oh, please. Dwayne was glad enough to see the thing go up. And so was McKnight. If you could get into that safe in his wall... Forget it. Look, Steve. As far as I know, the fire was an accident. Let's just leave it at that. Now don't you go moving. Hm, okay. Ahem. What was that? We're going to get around sketching fetching examples of manhood for our own amusement. Nothing could be further from the truth. Why, just the other day we decided to take through a crumb for firecoat violations. All those dried out paper wasp nests clustered around our wooden house. Why, it's a chem log just waiting for the right faggot. Believe me. None of us wants to see another fiasco like the sentinel fire. Oh, Tommy. Believe me. Oh, Daniel. Drück doch mal auf other und auf art. Nein. Weil du is paper fire hat wieder. Alles klar. Dann geb ich jetzt mal art ein. Und drücke auf enter. Oh. Oh. No less than a pulsing fire hose or a fireman beating down a blazing door. So what if we're drawing a nude man? So what if all we ever draw is a nude man or the same nude man over and over in all sorts of provocative positions? Context, not content. Process, not subject. Don't be so gauche, Steve. It's beneath you. Provokativ! Provokativ! Gut! Bye-bye! Bye-bye! Ich bin nicht auf dem Job, Steve. Und nicht durch Zufall abgebrannt ist. Das hier? Und zwar dieses hier. Ich glaub da war irgendwo was gelegen, ne? Gab's hier nicht mal ne Schaufel oder sowas? Irgendwas war hier gelegen mal, bin ich der Meinung, oder? Erst später, das kann natürlich auch sein. Ah! War da was? Schaufel, 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 Schaufel. Wie unauffällig! Die ist ja fast so groß wie der Tank. Können wir, glaub ich, sogar als Waffe nehmen, ne? Ha! Genau. Zuerste Waffe! Soll das wieder zu piech? Ach, ich glaub ich schon, wenn wir die Axt kriegen. Das wär zu cool. Gut. Erstmal mal kurz, Moment. Da war, glaub ich, noch was. Hm, Ashes? Ne. Irgendwann war hier noch mal was. Bin ich mir sicher. Aber vielleicht auch erst später. Police Station. Das wird auch interessant. Weil man kann nämlich auch in dem Spiel verhaftet werden. Also wir haben echt Freiheit. Wir könnten jetzt einfach irgendwen, äh, umschlagen. Und dann würden wir vermutlich verhaftet werden. Okay. Rein da. Mal einen kleinen Tanz aufführen hier. Ich glaub, wir sollten lieber auch mal speichern. Weil im Spiel kann man oft falsche Entscheidungen treffen. Und dann darf man nämlich viel neu machen. Stimmt, falsche Antworten bringen dann auch manchmal den Tod. Ja, ja. Hallo Steve. Lass mich mich vorstellen. Ich bin Sheriff Dwayne Dwayne. Und das hier ist Loomis. Das ist ein Pfeil, ich denke. Dann haben wir noch nicht mehr kennenzulernen. Dann haben wir noch einmal. Wir haben noch einmal. Aber ich habe gehört über Ihre Amnesie. Und habe ich gehört über Ihre Amnesie. Und habe ich gedacht, ich würde es spielen. Ich hoffe, das ist nur ein Prank. Und nicht die Start-up-die-Sanity-Pläge. Keep your nose clean. Oder du wirst in der Jäule. Und das ist kein Ort für eine Wende. Und das ist kein Ort für eine Wende. Okay. Wedding? Amnesie or no, you can't have forgotten you're about to marry the prettiest little thing at Harvest. I think you and Stephanie are perfect for each other. I just hope her father's disappointment doesn't spoil everything. Disappointment? Mr. Potsdam wants to hold the wedding in the lodge. But he'll never get in. Like all the rest, he's always hanging around the post office the first day of the month. Waiting for Boyle to bring out that month's lodge applications. And there's always a long line. Never enough applications to go around. And even if you do get an application, chances are you're right out of luck. You are called to the order and even less accepted. And Potsdam? Well, they've turned him down so many times. Unless he does something radical, he'll never get in. Crime. Crime-wise, nothing much has happened in Harvest since the newspaper fire. Oh, sure. Every week or so we get the odd transit dropping dead. But other than that, it gets pretty slow around here. Sure. You remember? The Sentinel building burned down about six months ago. That's what I'm telling you, Sheriff. I don't remember anything. Why won't you believe I have Amnesia? Well, you've always been a kidder, Steve. Anyway, the fireman said the fire was caused by arson. I never caught the perp though. But we found the gas can that was used. Yes, sirree, Bob. It's in the evidence room. Lemus, that's classified. Darn it. How many times you gonna have to tell me to keep my mouth shut, I wonder. Sorry, boss. You've got the gas can in the evidence room? Did you dust it for prints? You've been watching too much TV, Steve. Heck. Who can make out all those curvy lines anyhow? No, it's sitting in there gathering dust. Clean as the day we found it. Just in case I ever need a spare gas can. That case is closed, Steve. Haha, think's too. Lewis. Here's my deputy. Without him, I'd have a hard time keeping the peace. Or at least taking a lunch break. Mainly, Lemus answers the phone and babysits the office while I'm out. Though sometimes he likes to go in the back and stain the jail mattress. Isn't that right, Lemus? Oh, now, Sheriff, what you gotta go and say that for? Lemus has more than his share of problems. I wouldn't invite him to the wedding. Or, if you do, make sure he doesn't catch the garter. That could be embarrassing. Oh, I wouldn't do nothing, Dwayne. But I sure would like a little garter than being around Stephanie's thigh. Oh, that'd be right special. Good. Also, wir haben ja einen kleinen Perversling sitzen. Anything I can help you with? Äh... Ja, das would ich auch sagen. Help yourself. Speaking of which, you're real lucky to marry Stephanie. She don't look like a good woman. I just hope she don't turn out like Mrs. Loomis. Her mercy forbid Mrs. Phelps. Good women can be awful hard on a man's needs, don't you know? Oh, you saw her. Oh, gosh darn, she's pretty. Kinda like a gal I seen on some of them French postcards they used to make. Used to be... I'd take them things and go back into jail if nobody was there and kind of look them over one-handed. Fold some towels. That was the floor of Mrs. Loomis. He's so komisch. Oh, gosh, I wish I had some of them girly pictures. But Mrs. Loomis won't let me keep them in the house. I still remember the time she caught me holding some of them pictures up with one hand. She took the broom to me. I howled like a hound dog. The broom going up and down. Flashing straw and blood, blood and straw. And I drooped I was crying so bad. And it was so hard I had to crawl under the porch naked. With all the black winter spiders. And I got bit something fierce. Little fangs diggin' into my fair behind all over. I ask ya, is that any way to treat a man? And Mrs. Phelps and the sheriff will make it no easier neither. Mrs. Phelps down at the general store don't help things none. She's got them special picture books. The one with the ladies. But she won't sell me none on account of she knows my wife, Mrs. Loomis. That gum, that don't burn my britches. If I even ask about them, she tells Mrs. Loomis and I get the broom. Enough to break a man's heart. Her burn in my french pocket cards. And we unable to replace them. A man's got needs, don't you know? We have bought such a nice magazine. What can we do now? But we have to wait until Dwayne Dwayne is gone. Yeah, I don't know exactly. Why? You sure ought appreciate what a man's gotta do sometimes in a parked car. Or a waist high knot hole in a tree. Or a jail cell at noon. Matter of fact, Mrs. Phelps got no reason not to sell you some of them French postcard girly picture books. If you can get in, you see clear the park with them. Bring them around with the sheriff's at lunch and I'd be obliged. Anytime kiddo. Hey, what's your name? Karen? What are you doing? Playing. My mom is working, so I gotta stay out of her hair. Wanna play? Not now. Maybe later. Okay. Bye bye. Oh my god! Help! Murderer! Murderer! 118, 25, 6, 105, 10. Und du hast deine Schaufel noch. Was warst du, was du denkst? Attacke jemanden wie das. Mit so vielen witnessesen. Du hast viel Zeit für dich zu denken, Junge. Somebody help me! Was diese Leute wollen von mir? Too late für das, Junge! Ain't it, Sergeant? Indeed, es ist, Sheriff. Answers may only be found in the Lodge. And you must be alive to see them.